Die Nachricht, dass der ehemalige Mainzer Weihbischof Dr. Udo Markus Benz als Erzbischof nach Paderborn wechselt, hat am Wochenende tatsächlich für eine große Überraschung gesorgt. Intern hat man immer mal wieder gehört, dass er damit liebäugelt, an anderen Standorten vielleicht ein Bischofsamt anzustreben oder übertragen zu bekommen. Jetzt der Wechsel nach Paderborn. Benz war ein Macher mit einer sehr, sehr großen Machtfülle ausgestattet, auch in der Zusammenarbeit mit Bischof Peter Kohlgraf, muss man sagen. Und für ihn wird das jetzt eine Nagelprobe werden, wie er in der Zusammenarbeit mit Benz Nachfolger Sebastian Lang tatsächlich die Strategien für das Bistu Mainz vorangeht und auftreibt, weil er nämlich bisher nicht als Macher in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, sondern tatsächlich Benz derjenige war, der die Themen getrieben hat und der auch unpopuläre Themen wie Reformpläne oder Finanzpläne vorangetrieben hat. Das war so ein bisschen Good Cop, Bad Cop zwischen Kohlgraf und Benz. Jetzt ist Benz weg, das heißt, Kohlgraf muss sich schon fragen, ob der noch junge Sebastian Lang diese Rolle übernehmen kann oder ob Peter Kohlgraf in eine neue Rolle schlüpft und dann tatsächlich noch mal eine andere Facette zeigt. Das werden wir beobachten. Der Benz-Weggang ist tatsächlich für Kohlgraf ein Verlust, weil er sich als Bischof in Teilen neu definieren muss. Deswegen bin ich gespannt, wie er diese Aufgabe lösen wird. Natürlich jetzt gerade in der Weihnachtszeit ein spannendes Thema, um darüber zu sprechen. Deswegen bin ich auch gespannt, was ihr zu dem Wechsel sagt. Postet es gerne in den Kommentaren und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche.